Neue Intelligenz bedeutet für mich, der Neue Intelligenz bedeutet für mich, wenn man an sich schon intelligente Systeme, Geräte, Technologien miteinander kombiniert, miteinander arbeiten lässt und am Ende, wenn man dann wirklich über Big Data oder IoT redet in der Stadt, dann haben sie irgendwie zehn Ansprechpartner. So ist ein gesamthaftes Konzept einfach nicht praktikabel umzusetzen und dafür braucht es in vertikalen Organisationsstrukturen, sowohl in Unternehmen als auch in städtischen Verwaltungen, einen horizontalen Durchstich.